Die Klangliege aus der Klangwerkstatt ist optional erweiterbar mit einem aufsteckbaren Rückenlehnelement. Dieses bieten wir wahlweise beseitet oder unbeseitet an. Aus dem Korpus ragen zwei Edelstahlstangen, die einfach auf die bereits vorhandenen Bohrungen in der Liegefläche aufgesetzt werden. Diese Rückenlehne ist voll belastbar. Ebenso leicht kann das Rückenlehnelement umgedreht auf die Liegefläche aufgesetzt werden. Dies erlaubt zusätzlich auch die Verwendung der Klangliege als Klangstuhl.